Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns mit der Anatomie im CT und MRT Schädel beschäftigen. Wir können das zusammen machen. CT und MRT zeigen ja letztlich genau das Gleiche. Es sieht zwar alles ein bisschen unterschiedlich aus, aber dennoch bleibt die Anatomie dieselbe. Insofern kann man manche Dinge vielleicht im MRT besser sehen als im CT und andersrum, wobei andersrum eher selten ist, aber nichtsdestotrotz können wir uns das hier gemeinsam anschauen. Starten wir mit einer relativ einfachen Struktur und zwar der FALX. Die FALX trennt die beiden Hemisphären in die rechte und linke Hemisphäre und die FALX ist diese Struktur hier, die wir in der Mittellinie sehen. Das ist im Prinzip eine Dura-Duplikatur, die wir hier auch über die Schichten verfolgen können. In der hier Kranial, der Sinus Sagittalis Superior auch verläuft und die können wir hier ganz schön sehen. Eine weitere trennende Struktur ist das Tentorium. Das Tentorium, das können wir hier axial nur so durchwandern sehen. Das ist diese weiße Linie hier, sehen wir sie einmal ganz schön, die die Supratentoriellen von den Infratentoriellen Hirnabschnitten trennt. Was bedeutet das? Infratentoriell ist das Kleinhirn und Supratentoriell im Prinzip alles andere. Die Lappen schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Man kann das Axial nicht so schön sehen, viel besser sieht man das Tentorium zum Beispiel in der Sagittalen Ebene. Das hier ist das Tentorium, hier sehr schön als durchgehende Linie zu sehen. Und hier kann man sich eben auch vorstellen, hier infratentoriell, das heißt unterhalb des Tentoriums liegt das Kleinhirn und hier supratentoriell, also oberhalb des Tentoriums liegt das Großhirn. Das Großhirn besteht, wie wir ja alle wissen, aus verschiedenen Lappen. Die Lappenanatomie kann man relativ tief ins Detail sich anschauen. Wir machen das jetzt hier nur oberflächlich. Wir unterscheiden den Frontal, den Temporal, den Parietal und den Occipital-Lappen. Dann noch die Tiefenhirnstrukturen, die tiefe Grausubstanz und das Mittelhirn. Die trennenden Strukturen, die man vielleicht kennen sollte, sind zum einen der Sulcus centralis. Das ist dieser hier. Das ist der Sulcus centralis. Der trennt den Frontalappen vom Parietalappen. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, okay, hier sind ja alle möglichen so wilden Linien, die alle Hirnsulci sind. Woher weiß ich denn jetzt, welcher davon der Sulcus centralis ist? Das ist tatsächlich, wenn man gerade am Anfang ist, gar nicht so trivial. Aber es gibt ein paar ganz nützliche Tricks, wie man diesen Sulcus identifizieren kann. Denn, Kave, das sieht tatsächlich bei jedem Hirn so ein bisschen anders aus. Also man muss sich diese Zeichen einfach merken. Das erste Zeichen ist das umgedrehte Omega-Zeichen. Das seht ihr hier. Stellt euch also ein Omega vor, das einfach auf dem Kopf steht. Dieses Omega, das ist im Prinzip dieser Knopf hier von dem Omega. Das ist die Motorkontrolle der Hand, also eigentlich sogar genauer gesagt des Daumens. Und die liegt im Gyrus präzentralis. Denn der Sulcus centralis trennt den Gyrus, also die Hirnwindung hier, präzentralis vom Gyrus postzentralis. Eine andere Möglichkeit als das umgedrehte Omega-Zeichen ist das sogenannte Mystischsein oder auch Bartzeichen, wobei ich die deutsche Bezeichnung etwas merkwürdig finde. Dafür gucken wir hier an der Mittellinie entlang, wo wir hier so einen etwas prominenten Sulcus finden, der von der Mittellinie ausgeht. Und so ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Bart hat. Und wenn wir den gefunden haben, dann ist, wenn man weiter nach Kranial geht, der davor gelegene Sulcus, der weiter ventral gelegene Sulcus, das ist dann der Sulcus centralis. Das sind nur zwei von vielen möglichen Zeichen, Hilfsstellungen, wie man diesen Sulcus centralis finden kann. Umgedrehtes Omega-Zeichen und das Bartzeichen. Das ist also die Trennlinie zwischen Frontal- und Parietallappen. Wenn wir jetzt etwas weiter nach Kaudal gehen, dann treffen wir eine weitere wichtige Struktur an, die man hier im CT nicht ganz so schön sieht, weil die äußeren Liquorräume hier relativ eng sind. Das ist ein Normalbefund bei einem jungen Patienten. Deshalb ist das auch gut so. Nichtsdestotrotz sehen wir hier einen weiteren Sulcus bzw. eine sogenannte Fissur. Wir schauen uns das vielleicht einfach im MRT nochmal etwas genauer an, weil man es da einfach schöner sehen kann. Das hier ist eine T2-gewichtete Sequenz. Dort kann man eben gerade die Sulci, also all das, was mit Liquor gefüllt ist, besonders schön sehen. Und diese Struktur hier, die man hier so reinziehen sieht, das hier, das ist die Fissura Silviai. Und die Fissura Silviai trennt den Temporallappen vom Frontallappen. Also auch eine anatomisch wichtige Struktur. Hier sieht man sie nochmal. Hier sieht man wirklich diesen Temporalpol, also das, was hier so anterior liegt, das nennen wir auch die Temporalpole, die gerne mal in Kontusionen verwickelt sind, wenn es da gescheppert hat im Hirn. Die sollte man sich auch einmal merken. Soweit zur Lappenanatomie. Ich glaube, das ist ausreichend, um sich grob zurechtzufinden. Machen wir weiter mit der grauen Substanz. Wir wissen ja alle, dass wir im Hirn graue und weiße Substanz haben. Vielleicht etwas schöner sieht man das auf dieser T1-gewichteten Aufnahme. Wir sehen ja hier, dass diese Hirnsubstanz, sage ich jetzt mal, ein anderes Signal hat als diese hier. Die hellere ist die graue Substanz. Das hier ist der Kortex, der sich hier so schön auffaltet. Und das dunklere ist die weiße Substanz. Der Kortex hier besteht aus grauer Substanz und ist im Prinzip nichts anderes als die Fälschelung dieser Hirngüri. Und dann gibt es im Gegensatz zum Kortex eben noch die tiefe graue Substanz. Das sind im Prinzip die sogenannten Basalganglien, die wir alle aus der Anatomie noch kennen. Die gehen wir einmal von vorne nach hinten durch. Das hier ist der Kopf des Nucleus caudatus. Hier auf beiden Seiten. Dann haben wir hier eine Struktur, die sieht aus wie eine, aber letztlich sind das zwei Strukturen. Man sieht die Trennung aber nicht so schön hier. Manchmal kann man das besser sehen. Das hier ist das Putamen, das das weiter außen gelegen ist. Und das, was weiter innen gelegen ist, also stellt euch das wie zwei Hälften von diesem Gebilde hier vor, ist der Globus pallidus. Dann haben wir hier den Thalamus, also unser Tiefenhirn, das extrem relevant für diverse Funktionen ist. Und was man nicht so schön sehen kann, ist der Schwanz des Nucleus caudatus, der ungefähr hier liegt, etwas lateral des Thalamus und dorsal von diesem Putamen pallidumkomplex hier. Und dann haben wir noch die weiße Substanz. Ich habe ja schon gesagt, das, was hier etwas dunkler ist, das ist die weiße Substanz. Wir gehen nochmal wieder ins CT zurück, einfach damit ihr auch aus beiden Modalitäten so ein bisschen den Bildeindruck mitnehmt. Wir haben hier wieder unsere Basalganglien, also ihr seht, die sieht man auch im CT sehr schön. Und es gibt jetzt zwischen diesen Basalganglien, die wir gerade besprochen haben, einen Trakt von weißer Substanz, der hier sozusagen diese einzelnen Bestandteile trennt auf beiden Seiten. Das ist die sogenannte Capsula interna und da, wo es eine Capsula interna gibt, gibt es natürlich auch eine Capsula externa und die läuft eben genau hier außen dran vorbei an den Basalganglien und trennt sie vom übrigen Hirnparenchymen. Bei der Capsula interna unterscheiden wir dann noch ein Crus anterius und posterius und auch ein Genu, aber ich glaube, das geht auch wieder ein bisschen zu weit. Und dann gibt es noch zwei weitere Strukturen der weißen Substanz, die man häufiger mal hört oder benutzt. Wenn wir weiter nach Kranial gehen, dann landen wir hier ungefähr neben dem Dach der beiden Seitenventrikel, mit denen wir uns gleich noch beschäftigen, in der sogenannten Corona Radiata. Das ist dieser Bereich hier auf beiden Seiten. Und wenn wir dann noch weiter nach Kranial gehen, dann heißt dieser Bereich hier Zentrum semi-ovale. Das waren im Prinzip die wichtigsten supratentoriellen Hirnstrukturen, Lappen und weiße-graue Substanz. Wir schauen jetzt einmal kurz nach infratentoriell, denn dort befindet sich das Kleinhirn. Das Kleinhirn hat zwei Hemisphären, eine rechte und eine linke Hemisphäre und in der Mitte sehen wir hier den Kleinhirnwurm, den Wermis cerebelli. Und das war es im Prinzip auch schon mit den Kleinhirnstrukturen. Es gibt natürlich auch hier noch einen Lobus posterius, einen Lobus anterius, aber die können wir jetzt rein Schnittbild anatomisch gar nicht zwingend abgrenzen. Da muss man ungefähr wissen, wo die langlaufen. Was wir eben hier auch noch sehen, neben dem Kleinhirn, ist diese Struktur hier. Und das sind die Hirnstammstrukturen. Und die sehen auf jeder Ebene so ein bisschen unterschiedlich aus. Fangen wir hier kranial an mit dem Mittelhirn. Das sieht hier so ein bisschen aus wie so ein Mickey-Maus-Kopf. Und die Pedunculi-Cerebrie, das sind die Mickey-Maus-Ohren. Und das hier ist sozusagen das Mickey-Maus-Gesicht oder der Kopf. Das ist das inferiore Mittelhirn, würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir dann weiter nach Caudal gehen, landen wir hier unten. Das sieht so ein bisschen aus, sagen zumindest viele, aber ich kann es nachvollziehen wie ein Darth-Wader-Kopf. Und dieser Bereich hier, das ist die Pons, also die Brücke. Und wenn wir dann noch weiter nach Caudal gehen, dann landen wir hier im Bereich der Medulla oblongata, die dann am Ende in den Spinalkanal zieht und zum Rückenmark wird. Jetzt haben wir hier immer mal wieder so dunkle Areale gesehen, die natürlich extrem relevant sind. Und das ist das Ventrikelsystem. Das schauen wir uns jetzt als nächstes einmal an. Fangen wir an mit den Seitenventrikeln. Das hier sind sozusagen die Dächer der Seitenventrikel. Das hier sind die Seitenventrikel-Vorderhörner. Und hier hinten sind die Seitenventrikel-Hinterhörner. Die sind tatsächlich gar nicht so gut zu sehen, weil die sehr schmal sind. Das ist wie gesagt ein junger Patient. Da kann man die nicht immer so gut sehen, aber man kann sie erahnen. Wir können auch hier noch einmal gerade ins MR schauen, einfach um auch hier noch mal den Bildeindruck zu bekommen, wie der T2-gewichtete Sequenz. Hier tatsächlich etwas schöner zu sehen, die Seitenventrikel, wie sie sich dann hier nach hinten erstrecken. Und wir sehen, dass es hier auch einen Anteil gibt, der hier nach temporal zieht, der hier nur so ein bisschen angeschnitten ist. Das sind die sogenannten Temporalhörner. Wir sehen des Weiteren hier zwischen den Seitenventrikeln so eine ganz schmale kleine Erweiterung hier. Das ist der dritte Ventrikel. Der liegt hier. Der ist hier tatsächlich sehr, sehr schlank und kaum abzugrenzen. Und wenn man hier weiter nach Kaudal geht, dann sieht man hier den Aquädukt. Also der Aquädukt, da kommuniziert der dritte Ventrikel mit dem vierten Ventrikel, den sehen wir jetzt hier, der sieht aus wie so ein Zahn, so ein bisschen. Und der liegt eben zwischen den beiden kleinen Hirnhemisphären und dem Wermis cerebelli. Bleiben wir noch kurz bei den Liquorräumen, gehen wieder zurück zum CT. Wir haben ja noch so ein paar äußere Liquorräume, die relevant sind, und zwar die Zisternen. Hier sind wir beim Pons und vor der Pons, vor der Brücke, ist eine Zisterne, die nennt sich Präpontine Zisterne. Die ist insbesondere dann relevant, zum Beispiel bei einer Hirnblutung, einer Subarachnoidalblutung oder bei zum Beispiel einer basalen Meningitis. Dann läuft dieser Bereich hier sehr gerne mal voll mit, was auch immer, Blut, Eiter oder was auch sonst. Wenn wir weiter Richtung Kranial gehen, sehen wir jetzt hier wieder unsere Pedunculi cerebri. Und dorsal davon liegt die sogenannte Ambiente Zisterne oder Zisterne Ambienz. Was wir hier weiter ventral sehen, vielleicht hier noch schöner zu sehen, ist so ein sternförmig konfiguriertes Areal, das mit Liquor ausgefüllt ist. Das ist die sogenannte Supracellere Zisterne. Und wenn wir das hier hinten weiter nach Kranial verfolgen, dann landen wir hier in der Zisterna Quadrigiminalis. Also diese Zisterna Ambienz, etwas weiter Kranial davon, heißt sie dann Zisterna Quadrigiminalis, die hängen aber natürlich zusammen. Eine weitere Struktur, die relevant ist, ist die Hypophyse. Ehrlich gesagt, im CT kann man die gar nicht so besonders schön sehen, deshalb wechseln wir noch einmal zurück ins MR und gehen mal hier in so einen koronaren Schnitt. Was wir hier sehen, ist das Chiasma Opticum. Und das hier ist der Hypophysen Stiel und das hier, das ist die Hypophyse. So sieht die normalerweise aus. Also wir gehen quasi hier zu den Augäpfeln, ja, Bulbus Oculi. Das sind die einzelnen Augenmuskeln hier. Und wenn wir das weiter verfolgen, hier sehen wir den Nervus Opticus, kommen wir ins Chiasma Opticum und ungefähr da ist auch dann die Sella mit der Hypophysenregion. Wir können hier auf diesem Schnitt übrigens auch noch einmal kurz rekapitulieren. Wir sehen hier nämlich sehr schön die Fissura Silvii auf beiden Seiten. Wir sehen sehr schön hier die Seitenventrikel mal in der koronaren Ebene und hier haben wir sie mal alle in einem Schnitt. Seitenventrikel, der dritte Ventrikel und hier unten der vierte Ventrikel. Was wir hier auch schon sehen können, gerade wenn wir uns hier befinden, dass hier überall so schwarze tubuläre Strukturen verlaufen. Das sind Gefäße. In der T2-gewichteten Bildgrübung sind Gefäße immer dunkel, zumindest wenn sie normal sind in der Regel. Und diese Gefäßstrukturen hier, die gucken wir uns jetzt auch noch einmal kurz an. Wir haben dafür eine Toff-Angiographie, die ist leider ein bisschen verwackelt, aber nichtsdestotrotz kann man die Gefäße darin eigentlich ganz schön sehen. Wir kommen hier von Basal, also vom Hirnstammbereich und vom Kleinhirn ausgehend. Das hier ist die Arteria carotis interna auf beiden Seiten. Die läuft jetzt hier durch das Carotis-Siphon nach Kranial und tritt nach Intrakranial ein. Da sind wir jetzt hier beim Eintritt nach Intrakranial. Und macht jetzt hier so einen Bogen. Und ab hier ist sie im Prinzip Intrakranial. Und jetzt sehen wir den anterioren Anteil des Circus Arteriosus Felisi. Sie gibt hier die Arteria cerebri anterior auf beiden Seiten ab. Sie gibt die Arteria cerebri media zu beiden Seiten hin ab. Und die verzweigen sich dann einfach in ihre verschiedenen Äste und versorgen eben die entsprechenden Hirnstrukturen. Wir sehen hier auch die posterioren Arterien. Wir sehen hier die Kommunikation, also dieser Circulus. Man sieht den nicht immer so schön in einer Ebene. Man muss da ein bisschen durchscrollen. Und was wir auch noch sehen können, ist, dass hier von beiden Seiten eine Arterie kommt. Das ist die Arteria vertebralis, die sich jetzt hier Präpontin vereinigt und nach Kranial zieht. Das ist die Arteria basilaris. Auf die immer einen Blick werfen, dass da kein Aneurysma zum Beispiel ist. Ja, und dann geht es wieder in den Circulus Felisi rein. Hier ist noch die Arteria cerebri posterior auf beiden Seiten, die eben die dorsal gelegenen Hirnabschnitte versorgt. Soweit zur groben Arterienanatomie. Wir können uns das hier jetzt auch noch mal gemippt angucken. Also dieses typische geschlängelte S-förmige ist eben der Eintritt der Arteria carotis interna nach Intracranial. Hier sieht man diesen Circulus Felisi vielleicht einfach noch mal schöner. Also alles ist im Idealfall mit allem verbunden. Hier gibt es tausend und eine Normvariante. Darauf will ich jetzt gar nicht genauer eingehen. Aber grundsätzlich sollten die miteinander in Verbindung stehen. Und last but not least gibt es natürlich auch noch das Venöse-System im Hirn. Das sind die Hirnsinus. Wir hatten ganz am Anfang schon gesagt, der Sinus Dagitalis Superior, der verläuft hier in der Dura-Duplikatur, in der Phalx, in der T2-gewichteten Bildgebung, wenn er denn offen ist, schwarz. Und dann haben wir hier den Sinus Transversus, der hier zu beiden Seiten geht, in den Sinus Sigmoidius mündet und dann am Ende mit der Vena jugularis interna sozusagen nach außen tritt. Nicht zu vergessen, auch ein Blick aufs Knochenfenster, denn natürlich sieht man zum einen Knochenmal auf so einem Bild. Da will ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen. Was man aber auch noch sieht und einmal beurteilen sollte, das sind die Nasennebenhöhlen. Die sehen wir hier ganz schön. Das hier ist der Sinus Sphenoidalis. Hier sieht man Teile der Sinus Maxillares, die Sinus Etmoidalis und hier Dorsal. Das ist das Mastoid. Interessanterweise sehen wir hier auch eine Normvariante. Auf der rechten Seite ist das Mastoid nämlich nicht richtig angelegt. Hier sind nur so ein paar ganz einzelne Zellen, die sind auch flüssigkeitsverlegt, also nicht gut belüftet. Das scheint aber eine Normvariante zu sein. Wir sehen hier noch die Innenohrstrukturen und da sollte man darauf achten, dass man da auch einmal drauf schaut. Ja, soweit zur Anatomie. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden, wie man jetzt systematisch an diese Bilder rangeht, also in welcher Reihenfolge man sich was anguckt, das zeige ich euch in einem nächsten Video. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und Sehen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!